Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Space Engineers Staffel 2, ich hab's diesmal richtig ausgesprochen, cool. Bei uns sind wie immer Tudi. Hallo. Wallard. Ei, hi. Und ein dritter Unbekanter. Ne, ist nicht unbekannt, ist Smoker, bloß den Namen seh ich irgendwie gar nicht. Mach die Augen auf. Ne, kann ich nicht. Ne, ich kann den auch nicht sehen. Sister, 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 mach dir mal Gedanken. Dann sollte der beide mal die Augen aufmachen oder zum Optiker gehen. Tufi. Ja. Kannst du den Namen von ihm sehen? Tufi bestimmt, bin ich mir sicher. Vor wem kann ich den Namen sehen? Smoker. Franz Smoker. So, in der letzten? Wo ist er denn? Ne, sein Name ist weg. Den hast du aber auch im letzten Abflugpunkt gelassen. Ja, genau. Also, dass du mir so einen Rücken fährst, Tufi, ist das jetzt schon über dir gedacht. In der letzten Folge haben wir uns ja eine neue Position gesucht für eine zweite Station. Weil wir hatten ja doch ein paar Anfragen gehabt wegen, in Anführungsstrichen, ein paar Tutorials, zum Beispiel zum Stargate-Mod. Und wir bauen jetzt eben halt eine neue kleine Station auf. Und eben halt inklusive Stargates. Und dann können wir auch gleich erklären, wie die funktionieren, wie die aufgebaut werden und, und, und. Deswegen geht es jetzt erstmal bloß ratzifatzi erstmal schnell hier öff, Bobby. Ja, hat's super. Ich habe keine Stahlplatten mehr. Im Schiff müssten nur mal welche sein. So, voll mit Stahlplatten. Oh. Oh. Oh, pack mir toll denn Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weltraumfeeling. Hier ist es, hier ist es. Halt einen Sprungantrieb, was gibt's? Hinein ins weekendfeeling. Ja, wie geht's jetzt weiter? Mehr Stachte, die die anderen machen, setzen jetzt ihr... Na, nee, die sind ja nicht so kreativ wie wir. Ach so. Sklaven. Sklaven, ey. Was, 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 was? Sklaven. Wir dürfen schweißen. Hey, lass mich zu Ende schweißen. Bin zu weit weg. So. also so richtig ist mir das gerade nicht gelungen ich wollte das ein bisschen rund machen aber das sieht ja schon aus das wird nichts also rund sieht anders aus ja ich weiß sie kriegt das einer von euch hin ähm aus viereckigen blöcken was rundes machen geht bloß teils aber es funktioniert ja weil das sieht ja schon aus ich lass das euch das ist doch wurscht eigentlich oder ne 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 eine berechnung das eben halt wirklich mit 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 pixeln eine runde ein rundes bild ergibt du sollst in die wissenschaft ankommen sondern einfach nur mal was rundes machen muss ja nicht unbedingt rund sein guck mal das ist doch schön ja ich hab doch gut ja schlachtland würde ich sagen jetzt redet die scheiße nicht schön das sieht kacke aus ja da können wir ja mal Löcher reinmachen wie ist das wenigstens ab so einer von euch baut man einen Aquarader-Generator kann ich nicht ey wir haben hier oben schon geschmeißt komm mal runter, wo bist du? sorgständig du petzt am Schiff so was brauche ich jetzt dafür ach da machst du jetzt ja ich mach das jetzt mal schnell ja ja du kennst dich damit aus was, hä? ein Aquarader-Generator jedes mal drücke ich die falsche Taste oh das kenn ich ja bei mir hat die schon rumgeschrien help, hello ach jedes mal setze ich meinen Helm ab ich liebe es oder hättest du ja hier unsere Station spawnen können äh im Schiff naja das ist mir was möchtest du denn als nächstes hingebaut haben da ist doch schon das Ding wir brauchen ja trotzdem noch Energie aber wo ist denn da jetzt auch da unten wir haben einen Komponenten für einen Aquarader-Generator hier Salat-Paneele mir fehlt noch was, was? ne freilich ne Menge ach du Lüter dann brauchen wir ja hier auch noch einen Schwerkraft-Generator da ist Gott sei Dank hab ich die Platten gebaut stell das doch mal alles auf reinschmeißen den Computer raus ne der Aquarader-Generator steht da schon komplett? ne noch nicht komplett ich hab ja extra gerade ein Aquarader rausgenommen dafür äh was braucht denn jetzt das Gate alles? ich hab's vergessen keine Ahnung ich nehm von jedem was mit und schmeiß das da oben hier rein ok jetzt mal um die gleiche Zeit Hersteller mhm da hab ich schon mal eine ganze Menge reingelegt es fehlen noch 20 Hersteller 50 Hersteller da hab ich schon Gehörer und Motoren ok dann ist er fertig jetzt so wir können nach Hause ne doch habt ihr Energie hier? haben wir das DHD hier? ich bin ja schon dabei die gehen auch nur durchs Tor also das muss gehen das wurde aber erst angewählt mit Energie und alles ja und die ganzen Tasten die man dann wählen muss so der Generator steht auch schon was der ist aber nicht komplett wieso was will denn da noch? Computer und Reaktorkomponente irgendwas hab ich bei mir ich schweiß das mal rein du kannst mal einen Schwerkraft-Generator basteln zu viel Schwerkraft-Generator und Reaktorkomponente Reaktorkomponente noch aber welche welche mit? ne geh mal sie das mal ach Schwerkraft einen kleinen oder einen großen hä? sorry es gibt doch nur einen Schwerkraft-Generator so jetzt haben wir hier schon mal Energie das Teil denn das Teil denn meins ich finde das jetzt ich finde das jetzt ich muss mal also vielleicht finde ich das dann dann Schwerkraft unter Schwerkraft läuft das nicht ne? was? Schwerkraft-Generator ne das ist das sphärische Gravitations-Generator Stahlplatten ja ist egal der ist das entweder normaler Gravitations-Generator dann gibt es nämlich noch einen sphärischen Gravitations-Generator hier im Spiel? ja ja gibt es hier verschiedene was ist der Unterschied zwischen denen? keine Ahnung die verbrauchen alle mit das gleiche ja ich weiß dass meine Gesundheit niedrisch ist ja ich weiß dass meine Gesundheit niedrisch ist ich muss mal kurz mich heile heile machen dann lass mal Stahlplatten die habe ich gerade weggepackt Mist 40 Computer und Stahl das steht nur noch Komponenten für Schwerkraft habe ich gerade bei mir gebaut nur bisschen Stahl für was? für den Schwerkrafts-Generator zum Beispiel du brauchst jetzt nur noch die Komponenten für Schwerkraft da steht doch schon hab ich hab ich hab ich komm ich komm ich komm also na was nun entscheide ich mal ja brav ihn so was brauchen wir hier Metallgerüste ja wir haben den G-Punkt äh ein G ein G haben wir ja endlich laufen ja so da ist Tufi ach da ist das Ding dann brauchen wir noch einen DHD ja freilich ja da bin ich gerade dran also nochmal Computer Stahlrohre ist das eigentlich egal wo da hinkommt was hat das DHD na ja passend wärs natürlich so hier so schräg neben geht ja so leicht davor würd ich eher sagen wenns wirklich authentisch sein soll mach mal bissl schräg daneben ist bissl besser ja ich dachte ich hab ja nix da hat's krass bekommen ähm die Anzeige und Stahlrohre meinst du ist so hier ja ich hab genau dasselbe mitgenommen genau so Stahlplatten und Panzer und erst mal so anzeigen gibt's ja keine große Stahlrohre und Anzeigen brauchen wir noch was war das noch? Stahlrohre groß ne? Stahlrohre groß ne? Stahlrohre groß und Anzeigen Anzeigen habe ich schon mal ach so Stahlplatten interne Panzerungen 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 Stahlplatten Ha! Fertig so wir brauchen einen Hersteller da brauche ich auch grad oh das ist cool ne ein Metallgerüst und Energiezelle ich muss mal kurz das Schiff ein bisschen wegfliege Warte mal warte mal warte mal warte mal eine Energiezelle fehlt noch und acht Metallgerüst acht und die Energiezelle gut habsch gut geht also wirklich werden wir hier nix rauskriegen mit Solar ok warum so ähm der Asteroid versperrt unsere Büsche den Weg ach du heilige Scheiße gut gebaut auf der anderen Seite bauen müssen äh ja da bauen wir auch nicht da bauen wir dann später eben halt ein paar Triebwerke dran ein paar Choroskope und schon machen wir die Stationen zu einem riesen Schiff naja naja angeblich funktionieren wie auch immer naja naja das bisschen kann man auch nochmal abreißen und nochmal woanders hinstellen oder wir setzen die oder wir setzen die 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 Solarzellen einfach irgendwo anders hin äh schwierig so ist alles hier fertig ja so und zwar ist das jetzt so warte mal kurz ich kann das halt wir müssen das Gate und das DHT genauso benennen wie wir das andere benannt hatten das erste Gate wie benennt man das so wie ich das erste benannt hatte was auf unserer Base ist jetzt gibt es einen Schengelklopfer spinni seit Anfang an dabei so so und mit den Tamors so Freilich Alphabase das kannst du auch kopieren das hab ich kurz wieder eingefügt hier kann man da raus kopieren ja vielleicht mal angucken so wir haben jetzt hier einmal das Gate und das DHT als Alphabase und schon können wir zur Base wo kann man das umbenennen mit K gehst du drauf und dann wärst du das DHT und dann das andere aus so und wenn wir jetzt hier T drücken sehen wir wir sind nix jetzt so ein Frum halb so ist zweimal Alphabase praktisch ja jetzt was schau mal ist das egal von welcher Seite man da reingeht ja ich bin wieder zuhause egal von welcher Seite äh ne ganz geht nur eine Seite so und schon wir sind wir wieder zuhause so Herr Lupus was ist der wichtige Name? ich muss direkt mal klugen ja Lupus ich hoffe damit ist deine Frage beantwortet wie das eben halt mit dem Stargate funktioniert wichtig ist noch es gibt du kannst immer nur ein Stargate und ein DHT pro Station setzen und keine zwei lösen sonst funktioniert das nicht so das war jetzt das Tutorial zu diesen Stargates es gibt natürlich noch mehrere Stargates wie eben halt hier das Stargate erstmal mit dieser Plattform wie es eben halt auf den anderen Planeten ist dann eben halt das normale von Atlantis von Universe und dann eben halt noch das Super geht was definitiv heute nicht kommt auch nicht morgen auch nicht in den nächsten Folgen aber es ist geplant dass es mit reinkommt dass wir das definitiv noch bauen es kommt definitiv noch mit rein davon mal ganz abgesehen aber jetzt in der nahen Zukunft eben halt nicht weil wie man das eben halt gesehen hat die Ressourcen die es wirklich braucht das ist ja da drüben stehen so Energiezellen 800 und eben halt 9001 ich finde die 1 immer noch fantastisch na quaterkomponente deswegen dauert es eben halt noch eine Weile bis wir das bauen aber und wie man eben halt gesehen hat kann man jedes Stargate mit jedem DHT eben halt verbinden Habe ich es richtig so erklärt? Jo Jetzt fühl ich mich gebauch, Mietzels Streicheleinheiten abholen Brrrrrr Jetzt macht der wieder das Gate aus Alter Das rollt Das rollt Wie macht man das jetzt an? Einfach bloß T drücken oder was? Ja Oho War laut, sind wir noch hier? Ja, ich hab schon Angst gehabt Ihr lässt mich alleine Das hat man ja vor gehabt aber Na, ich glaubte Leute, ich komm durch wir müssen das andere Gate deaktivieren Hahahaha Ist schon aus Ist schon aus Ja Juchuu Juchuu Alter, das ist wie bei Richtigen Stargate also so wie du reinkommst du fliegst du raus Jo Das ist ja mal cool gemacht Und dann geht's von der anderen Seite dann fliegst du weg oder was? Geht's kaputt oder wie? Mh, ne Du kannst nur nicht durch das Gate wenn's von der anderen Seite aktiviert wird dann stoppst du Das wollen wir jetzt nicht testen Nein Tut nicht Not würde ich sagen Ähm Andere blöde Frage Da ist ja ziemlich blöd aussieht mit Sauerstoff und ich mir schon eine volle Flasche aus dem Karko-Konzern holen musste Äh Und Ja, wir müssen ja sowieso irgendwann zurückjumpen und äh bei dem Asteroiden hier kannst du doch ein bisschen Eis abkrabbeln und das andere Zeug Achso, was wir noch überlegt hatten Sorry, dass ich jetzt mal hier den Gedanken mal kurz unterbrechen dass wir sowas ähnlich wie eine komplette Stargate-Basis bauen Ergo Wir haben auch vor, diese Türen zu bauen Die Stargate-Tür Juhu Ich kenne Aha Ich was auch nicht kenne Das Spiel? Ne, ich hab noch nicht gesehen Oh Da bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin So, das war's jetzt aber auch schon für diese Folge Echt schon? Jaja Was? Was? Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet bei unseren kleinen Exkursionen bzw. Tutorials, was Stargates angeht Und Und man kann ja noch dazu merken, dass du jetzt echt mit so einem Stargate schneller und eine weitere Distanz zurücklegen kannst, ne? Das definitiv Wenn du eben halt überlegst, wie lange Wir haben eigentlich eine komplette, über eine komplette Folge gebraucht Um mit dem Schiff herzukommen Ja, wo? Beim Stargate geht man bloß zum DHT Hier sieht man übrigens das Original-DHD von Original Stargate Und das ist, ähm, das, äh, Universe Stargate Aus Stargate Universe mit diesem Raumschiff Aber Pro Base Pro Base Pro Base Ja, pro Base Ja, du kannst jetzt hier nicht noch einen daneben bauen Ne, da brauchst du wieder eine andere Base Weil das sich das dann überschneidet Es ist ja wie bei Stargate Zwei Gates auf, auf einem Planeten funktioniert nicht Eins muss immer deaktiviert sein Ah, gut Ist ja wie, wie im Stargate halt, ne? Hä? Ja? Juhu Zu jedem anderen Punkt Oh Ich hab nur einen sogenannten Hänger Ja Weil ich gerade wieder zurückgesprungen bin Ja, siehste Er ist zurückgesprungen Wie schon gesagt, wir... Ich würd sagen, wir sind jetzt dann morgen bei der nächsten Folge Space Engineers Staffel 2 Ja Ist das genehm? Ja, ne? Ja, ja, genau Passt Dann bis zum nächsten Mal dann, tschüßn Tschüß 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 Und Domo